Leute, ich bin zurück aus Mannheim von den Global Series 2024 in Mannheim und bringe gleich mal einen extrem heftigen Leak mit. Nicht aus Mannheim, ich habe es gerade nachdem ich hier angekommen wieder zurück in der Heimat, habe ich ein Leak gefunden. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es geil finden würde, ob das kommt. Das würde auf jeden Fall Apex Legends Grund auf enorm verändern. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich verstehen könnte, warum das so passiert. Aber ich glaube, viele von euch würden es nicht feiern. Man ist aktuell noch nicht ganz sicher, ist es ein Limit-Time-Modus oder soll das eine permanente Änderung, zumindest für Pubs oder auch Ranked sein. Das kann ich euch leider nicht sagen. Ich blende es euch gleich ein, aber ich möchte noch mal auf die Global Series zurückkommen. Es wird demnächst sicherlich noch mal ein Video von mir geben. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es aufmache, wo ich noch mal alle Fotos zusammentrage, die so entstanden sind. Ich habe extrem viele andere Creator kennengelernt. Was extrem viele, das ist jetzt übertrieben. Ich habe viele andere deutsche Creator kennengelernt, was mir eine große Ehre war. Viele auch, die ich überhaupt nicht kannte, auf dem Schirm hatte, die ich kennengelernt habe. Sympathische Leute, richtig geniales, richtig geniale Zeit gewesen, wollte ich sagen. Und vor allen Dingen danke an die Community, die da war. Viele haben mich angesprochen, viele wollten Fotos, Autogramme. Es war ziemlich verrückt für mich, ich glaube für alle Creator, die da waren, dass man nach Fotos und Autogrammen gefragt wird. Das ist einfach, glaube ich, nicht die alltägliche Realität, die man so hat als kleiner Streamer. Es war aber auf jeden Fall geil. Und jeder, der mich angesprochen hatte, speziell auf mich betrachtet, hatte nur positive Worte. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und das pusht einen richtig, einfach weiterzumachen. Einige von euch wirklich mit den Worten, ja, Apex ist derzeit vielleicht nicht mehr so geil. Mach aber weiter, bleib dran, bleib auf dem sinkenden Schiff, wenn es denn sinken sollte. Und ich kann euch nur versprechen, die Worte pushen. Und man hat einfach Bock, weiterzumachen. Also danke an alle, die da waren. Alle, die auch gewonnen haben, die Tickets für die Global Series. Und der Einladung nachgekommen sind alle, die mich angequatscht haben. Alle Creator, die ich dort kennenlernen durfte. Ihr seid einfach ein absolut geiler Sauerhaufen. Es war unwahrscheinlich genial. Es war mir ein Fest, euch alle kennengelernt zu haben. Und auf hoffentlich bald. Und jetzt kommen wir zu den Leaks oder zu diesem einen Leak, wo ich echt hoffe, dass das nicht umgesetzt wird. Ich kann euch vorab schon mal sagen, das steht noch ein bisschen in der Ferne. Ich wollte es eigentlich zum Schluss erst verraten, damit die Hälfte nicht schon wieder abschaltet. Aber es wird vermutet in Season 25, meine Frette. Es geht um die Veränderung, dass es wohl einen Test gab in vier verschiedenen Variationen Apex Legends in Zukunft, ohne Waffen auf dem Boden zu starten. Quasi der stinknormale Battle Royale Modus. Nur, dass du keine Waffen mehr auf dem Boden findest. Es gibt nur eine logische Erklärung, warum dies passieren könnte. Das ist keine geile Erklärung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Komponente Battle Royale, du landest, findest dein Loot. Und wenn du Kackloot hast, scheiß Waffen, musst du damit klarkommen, wie jeder andere auch. Dieses Handicap hat nun mal jeder, der auf der Map irgendwo landet, wie auch immer. Es soll aber in den Tests so sein, dass du dir deinen Grundloadout schon aussuchen kannst. Waffe 1, Waffe 2. Und dann startest du in das Match. Inwieweit jetzt die Tests mit verschiedenen Hop-Ups, da blicke ich nicht so ganz durch. Ich glaube, du konntest die schon so eine kleine Grundeinstellung machen. Und sobald die Zone sich erweitert, Zone 1, 2, 3 und 4, das wäre eine Variante, verändert sich auch deine Waffe, wird besser. Von einem weißen zu einem blauen Mag, von einem blauen zu lila und so weiter und so fort. Wie das mit Visieren aussieht, muss man mal sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Hop-Ups wie Visiere definitiv trotzdem auf dem Ground-Bloot bleiben. Dann gibt es verschiedene Testvariationen, auch wo du überhaupt keine Munition findest. Wo du gefühlt wahrscheinlich wohl unendlich Munition hast. Du kannst dann mitten im Game bei einem Replikator oder an bestimmten Spots dein Waffenloadout ändern. Wenn du Bock hast, wenn du merkst, dass das Loadout, was du dir da ausgesucht hast zum Start der Runde, einfach nicht zur Runde passt, zur Map, zu den Gegnern, was auch immer. Und eventuell gibt es trotzdem das Care-Package. Das sieht man hier im letzten Satz, hier oben Care-Package. Und wahrscheinlich auch, dass du in allen Tests, ist es so, dass du noch Care-Package-Waffen findest. Natürlich, jetzt sehe ich es hier gerade, hier drüben steht es. Genau. Und dass du natürlich noch die Waffen aus Death-Boxen looten kannst. Achso, meine logische Erklärung dafür. Ich habe völlig einen Faden verloren. Sorry, meine logische Erklärung. Wenn das so kommen sollte, warum es so kommen könnte. Ich hoffe trotzdem nicht, dass es passiert. Weil viele von uns wünschen sich ja am liebsten jedes Season eine neue Waffe. Und die meisten, die mich verfolgen, wissen, dass ich ohne meine geliebte G7 einfach nicht ich bin. Ich brauche wenigstens eine G7, eine Hemlock oder eine Flatline, eine Alternator. Und es gibt oft Runden, wo ich eben meine G7 zum Beispiel nicht finde. Und je mehr Waffen von Season zu Season dazukommen, desto schwieriger wird es für uns alle. Das darf man nicht vergessen, sein geliebtes Loadout richtig zusammenzustellen. Das ist eine absolute Qual für viele von uns. Und Respawn sagt schon seit Jahren, sie versuchen den Loot-Pull so gering, so klein wie möglich zu halten. Das ist auch der Grund, warum hin und wieder einfach bestimmte Hop-Ups immer wieder verschwinden, mal wieder dazukommen. Und warum wir wahrscheinlich nur einmal im Jahr eine neue Waffe bekommen. Weil der Loadout oder das Loadout, das ganze System, viel zu voll geklatscht ist mit zu vielen Waffen, zu vielen Hop-Ups. Und sowieso schon viel zu vielen Legenden meiner Meinung nach. Es ist alles einfach too much. Deswegen könnte ich mir vorstellen, um irgendwie die gesamte Map nicht vollzuballern mit zu viel Loot. Um sicherzustellen, dass man auch irgendwie ein vernünftiges Loadout findet. Dass man einfach ein vorgefertigtes Setup sich zusammenstellen kann. Und mitten in der Runde eben nochmal. Das kennen wir übrigens auch, das System aus Warzone Call of Duty. Das ist an sich, wenn man das so nur von Warzone kennt, ein cooles System. Du startest mit ein paar Waffen und irgendwann kommt dann so ein Drop-Package, so ein Care-Package runter. Und wenn du genug Geld in der Runde gesammelt hast, kannst du eben dein Favorite Loadout direkt mit dem richtigen Magazin, mit den richtigen Visieren und so draufknallen. Und das ist schon cool. Macht aber Apex Legends, wenn es so umgesetzt wird zu einem völlig neuen Game, ob ich davon, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Als Limited Time Modus, okay, man kann es vielleicht mal testen. Aber ich bin sicher, dass ihr das wahrscheinlich zu 90% mindestens nicht feiern werdet. Deswegen schreibt mal in die Kommentare. Wirdet ihr das geil finden? Sollte es einen Test geben vorher als LTM? Sollte es so kommen? Ich halte davon aber wie gesagt nichts, weil die Komponente, dass du einfach ein bisschen Glück beim Loot hast, wenn du droppst, einfach mitspielen solltest. Und manchmal hast du halt Waffen, mit denen du nicht gut umgehen kannst. Dann musst du halt gucken, dass du dir ein bisschen den Hintern aufreißt und einfach guckst, dass du das Beste daraus machst. Wenn du natürlich einen Gegner hast, der sofort das Beste Loadout hat, dann ist es faktisch so, dass du meistens keine Chance hast. Weil heutzutage hast du kaum noch Gegner, die nicht irgendwas auf dem Kasten haben. Sind wir doch mal ehrlich. Da sind wir beim Thema Matchmaking. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Dazu habe ich übrigens in nächster Zeit oder allgemein noch ein bisschen mehr zu erzählen. Lasst euch mal überraschen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Und ich melde mich demnächst nochmal nicht nur auf YouTube, sondern auch auf anderen Plattformen mit ein paar Zusammenschnitten der Global Series und ein paar Fotos von den Creatoren und auch ein paar Fotos von euch, die am Start waren. Die Fotos, die ich habe, die ich über Instagram zurückbekommen habe. Melde ich mich nochmal zurück, denke ich, wann genau. Ich versuche es demnächst mal hinzubekommen. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Hat ja erst angefangen. Bleibt gesund wie immer. Und Grüße gehen raus an alle, die ich in Mannheim kennenlernen durfte. Haut da rein. Ciao. Und natürlich an euch.